Welchen Anteil unseres Gehirns verwenden wir tatsächlich? Es gibt eine verbreitete Irreführung und eine allgegenwärtige städtische Legende, wonach wir nur einen Bruchteil unseres Gehirns benutzen. Der Teil, den wir angeblich verwenden, ist 10% oder 1-10? Diesem Glauben folgt oft die Theorie, dass wir, wenn wir die verbleibenden 90% unseres nicht verwendeten Gehirns nutzen würden, ein erstaunliches Potenzial für Intelligenz, möglicherweise außersinnliche Wahrnehmung und andere Fähigkeiten des sechsten Sinnes hätten. Etwa 10% des Gehirns besteht aus Neuronen, von denen gezeigt werden kann, dass sie bei Gehirns ganz aktiv sind. 90% des menschlichen Gehirns besteht aus Gliazellen, die sehr unterschiedliche Funktionen als Neuronen haben. Durch die Verwendung von Brain Mapping wurde beobachtet, dass das Gehirn bei normalen Denkprozessen in ständiger Aktivität ist, egal ob wir schlafen oder wach sind. Es ist wichtig zu beachten, dass wir nicht den gesamten Teil unseres Gehirns nutzen, der gleichzeitig Neuronen hat. Das gleichzeitige Abfeuern aller Neuronen würde zu Anfällen und möglicherweise zum Tod des Gehirns führen. In diesem Sinne verbrauchen wir nicht einmal alle 10% des angeblichen Anteils unseres Gehirns, den wir verbrauchen. Aber wir benutzen sowohl Gliazellen als auch Neuronen, um zu denken, zu handeln, zu fühlen und uns zu bewegen. Daher verwenden wir zu einem bestimmten Zeitpunkt viel mehr als 1-10. Nicht alles kann so abgebildet werden wie Neuronen. Dies bedeutet nicht, dass alle Menschen ihre maximalen Denk- oder kognitiven Fähigkeiten erreichen. In diesem metaphorischen Sinne verwenden wir nur einen Bruchteil unseres Gehirns, weil wir möglicherweise nicht die klügsten, gebildetsten oder brillantesten Menschen sind, die wir sein können. Verschiedene Dinge können die Fähigkeit zur Maximierung der Kognition beeinflussen. Dazu gehören Ernährung, Genetik, Ernährung, Bildung und sozioökonomische Ebene. Trotzdem scheinen einige Menschen, die scheinbar wenig Erfahrung in der Krankenpflege haben, ein Genie oder eine versierte Fähigkeit zu haben, weshalb sich die Menschen fragen, ob wir alle ein geniales Potenzial haben könnten. Es scheint, dass geniale Fähigkeiten eher außergewöhnlich als normal sind, und diese Fähigkeiten können möglicherweise nicht gefördert oder ins Leben gerufen werden. Menschen, die als Genies eingestuft werden, können eine entsprechend höhere Neuronenaktivität aufweisen, wenn ihr Gehirn gescannt und untersucht wird. Sie haben jedoch noch keine vollständige neuronale Aktivität. Einige Krankheiten weisen auch ein höheres Maß an Neuronenengagement auf, die Ergebnisse sind jedoch nicht einheitlich positiv. Was man vom Gehirn sagen kann, ist, dass es ständig arbeitet und aktiv ist. Wir benutzen viel mehr als nur einen Teil unseres Gehirns, wir benutzen das ganze Organ konsequent.